Darrox gegen Balvir Liebe Freunde, es ist wieder so weit. Eine weitere Folge der Arena Leiterburg steht an und zwar mit einem Teilnehmer namens Darrox, der die ersten beiden Kämpfe sehr souverän abgeschlossen hat. Und heute wird er gegen Balvir Kolina antreten. Unseren Lieblingschiri, der, naja, schon das ein oder andere Automobil hinter sich hat und keine Versicherung nimmt ihn noch. Denn er hat ab und zu mal zu früh gepfiffen und, naja, ihr kennt ja die Fans, wie sie sein können, right? Dementsprechend hat er sich jetzt neun Aufgaben verschrieben und zwar ein Arena Leiter zu sein. Und ob er gegen Darrox was ausrichten kann oder ob Darrox wieder so souverän durch den nächsten Arena Leiter durchgeht, das sehen wir jetzt. So, Kelly Slater wird hier wahrscheinlich wichtig werden, alleine schon wegen seinem, äh, wegen seinem Azumarill und wegen seinem, äh, Kram, äh, hier, äh, hier, blablabla. Wie heißt das Ding auf, auf Deutsch? Corvinite. Ähm. Pa, 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 mh, boah, gute Frage. Warte mal, wir haben einen Ice Punch auf Andi, ne? Auf Andi Hug, dem Schweizer Karate-Meister. Jawohl. Äh, das Ding ist nur, Brutalander wird ihn wahrscheinlich outspeeden und wir haben leider keine Robustheit. Das ist ein bisschen doof, um ehrlich zu sein. Hm, mit Robustheit wäre das Ganze natürlich ein ganz anderes Spiel, aber in Ordnung. Schauen wir einfach mal, wir nehmen Kelly Slater. Oh Gott, ich muss mich so krass beeilen jetzt. Oh, oh. Oh, Digga, letzte Sekunde. Uh, damn, boy. Ja, schön. Das Kommentieren ist mal wie... Oh Gott. Studio fällt zusammen, Digga. Ich hab meinen Stuhl höher gestellt. So, jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß, ey. Bevor noch ein Foul passiert. Oh Gott. Okay. Exzellent. Ist jetzt in Kampfe drin. Ähm, hm. Boah, gute Frage. Geht der auf den Erdbeben oder was macht er? Exzellent ist halt echt ein Problem für unser Team, ne? Egal. Wir gehen einmal auf Wall Switch. Vielleicht geht er auf Erdbeben. Es kann sein, dass er auf Erdbeben geht. Äh, das Ding ist, er hat halt wahrscheinlich... Warte mal, wir haben den Bedroher gesehen, ne? Das heißt, kein Hochmut. Da kommt der Draco und das ist sehr gut. Wir wissen somit... Er ist speziell. Maybe auch mixt, aber... Da müsste er irgendwo Abstriche gemacht haben. Äh, okay. Auf jeden Fall. Warte mal, was... Was könnte er jetzt rein wechseln? Maybe Corviknight. Maybe... Äh. Ehrlich gesagt, Relaxo ist relativ gefährlich für ihn. Ich gehe einmal auf Fluch. Exzellent wird sofort rausgerufen. Absturz. Das ist das Corviknight. Genau wie gedacht. Jetzt gehe ich auf den Fluch. Und gehe auf Plus Eins. Jetzt wird's spannend. Ähm. Ich gehe nochmal auf Fluch und dann gehe ich auf Feuerschlag. Wie hart wird die Bodypress treffen? Ein bisschen, ne? Okay, das wird jetzt spannend. Ich habe halt nachher keinen Switching mehr für den Draco, ne? Das muss ich halt beachten dann. So, Plus Zwei Feuerschlag wird leider halt nicht reichen. So, da kommt er raus. Nicht ansatzweise. Unter Beulenhelm zwingt Hakuho in die Knie. Okay. Äh. Alright, 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 alright. Ja, sein Salamence ist ein Problem. Sein Salamence muss ich jetzt bodien. Er wird aber wahrscheinlich Crookedile dabei haben gegen mein Elektro-Pokémon, right? Das Problem ist, Psychokinese und Donnerblitz wird beides resistiert. Und dafür hat er Crookedile wahrscheinlich dabei. Gehe ich auf den Strauchler, weil ich Crookedile predikte? Ich mache es jetzt einfach mal. Bringt es Croko? Nein, er bringt Excellent. Fuck. Das ist nicht gut. Okay, aber jetzt weiß ich, dass er sein Crookedile nicht dabei hat, weil zwei Steps werden immunisiert. Das ist halt vierfach resistiert, ne? Ja, der Voltwechsel wird halt nicht viel bringen. Aber ich muss Excellent nochmal anschippen. Denn jetzt reicht ein Donnerblitz. Und ich hoffe, er geht nicht auf Roost. Mit Roost hätte ich ein dickes Problem. So, wir gehen zu Andi. Andi wird eh, äh, nicht schneller sein. Als sein Salamence. Dementsprechend bringt es hier nicht wirklich viel. Okay. Jetzt ist halt die Frage, was macht er? Kann auf den Ice-Heap gehen. Excellent wird zurückgerufen und er geht in Absturz. Okay. Das ist wieder Corby Knight. Ich glaube aber, ein Ice-Heap in Kombination mit einem Nahkampf dürfte das Ding, ah, nicht killen, weil, haha, der Boilenhelm. Ähm, gut, dann gehen wir zu Kelly. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass er nicht Crook doch noch mitgenommen hat, weil sonst gehen mir jetzt die Optionen aus. Jetzt muss ich mit, äh, Kelly richtig schön reinhusteln. Und das war's mit Absturz. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Aber Crookedile wäre halt der üble Counter gewesen für dieses Ding, ne? So, jetzt ist halt die Frage. Äh, Psychokinese oder Donnerblitz? Hat, glaube ich, die gleiche Stärke, ne? Ist beides auf 90. Das eine kann paralysieren, das andere kann Spideff Drops hervorrufen. Das eine, glaube ich, zu 10%. Das andere, glaube ich, zu 20%. Bin mir nicht sicher, ob Psychokinese, ah, ah, wobei, 10%, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, das müsste reichen. Wir haben gesehen, was zwei Volswitches machen. Nein, reicht nicht. Okay, schade. Ha! Und wir überleben leider keinen Draco. Und er spielt seinen Brutalander wirklich sehr gut aus. Er hat jetzt schon dreimal rauswechseln können und dreimal frisch rein mit einem Draco kommen können. Aber gut. Ähm. Ja, ich denke, hier ist Schluss. Zum Glück ist Exzellent so tief runtergechippt. Er kann auch nicht roosten, also kann er. Aber dazu muss ich erstmal eine Mufa fehlen. Jetzt ist die Frage, ob Liberlo hier ins Tor dribbelt. Mit einem fetten Fallrückzieher oder ob er sich bei der nächsten Gelegenheit auf den Rasen lunzt. Ja, ich habe gedacht, der Donnerblitz wird reichen. Und dann hätten wir schön fürs Ü-Ei. Ne? Ja, 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 ja. Deswegen ist er nämlich immer mit dem Ding reingekommen. Ja, schade. Hm. Das wird dann nichts mehr. Außer, lass mich überlegen, wenn ich den Turm-Kick mache, dann werde ich ein... Oh, er geht auf die Wasserdüse. Okay. Sehr smart gespielt. Weil jetzt reicht seine Wasserdüse auch in der zweiten Runde, ohne dass es sehr effektiv ist. Dann muss er weder auf die Liquidation gehen, noch sonst was. Äh, ja. GG. An der Stelle. Genau deswegen... Ja, der Wohl-Switch wäre besser gewesen. Ich hätte einfach Wohl-Switchen, nochmal Wohl-Switchen müssen. Dann zu Liberlo rein. Das Exzellent killen. Und dann mit Dingens sweepen. Ähm, aber wie gesagt, Crookedile ist halt der Hard-Counter gewesen für dieses Team. Ich war sehr überrascht, dass er es nicht mitgenommen hat. Zumindest haben wir es nicht gesehen. Vielleicht hat er es ganz am Ende gehabt. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat Darox nicht nur ein Continuous sich gesnackt, im letzten Kampf aber schon, sondern auch den dritten Arena-Leiter damit besiegt. Und mit welchem Arena-Leiter es jetzt weitergeht, das sehen wir jetzt. Alright. Da haben wir uns also wieder eingefunden in der Untergrund-Arena. Im geheimen Keller, wo Velvet und Ruby ihr, ich würde mal sagen, ihren, äh, ihren nicht so legalen Gig feiern. Ähm, Darox hat sich entschlossen, im Doppelkampf gegen Velvet und Ruby anzutreten. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich da schlagen wird. Denn jetzt kommen wir langsam in Bereiche oder in Teams, äh, zu denen er nicht mehr nur Counter hat. Na, also gerade in den letzten zwei Kämpfen hatte er sehr, sehr gute Pokémon, sehr, sehr gute Counter gegen das Team. Ähm, ich frage mich, wie es jetzt aussieht, wo die Arena-Leiter langsam dünner werden. Er hat ja jetzt schon die Hälfte der Arena-Leiter, äh, quasi herausgefordert und geschlagen. Und, ähm, normalerweise fängt man ja mit den einfachen Arena-Leitern an. Damit man gegen Ende eben, äh, Continuous sammelt. Und dementsprechend auch durchkommt, right? Es würde keinen Sinn machen, mit den Schweren anzufangen, weil man da direkt rausfliegen kann. So, meine Freunde, jetzt aber wollen wir uns ansehen, was er denn bringt. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier Heatran zum Tragen kommt. Heatran countert relativ viel. Ähm, Brutalander wird wahrscheinlich auch wieder eine Rolle spielen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Servoll ebenso. Bei Servoll darf ich nicht vergessen, dass das Teil ein Normal-Pokémon ist. Das heißt, Rampensau wird dem Dingare nichts machen können. Ähm, schauen wir doch einfach mal. Gehe ich mit der Nebelmaschine rein oder mit dem Pyrotechniker? Ehrlich gesagt, die Nebelmaschine ist ganz gut. Äh, blop. Vielleicht mit dem Background-Dancer oder mit dem Leedsinger. Äh, ich weiß es nicht. Probably Leedsinger. Right? Oder nicht? Hm, wir machen Leedsinger und Moshpit. Dann nehmen wir die Rampensau und entweder den Background-Dancer oder die Nebelmaschine. Aber ich glaube, die Nebelmaschine alleine schon für sein Pessimien. Was, äh, welchen, wessen Kampfvertanken vierfach resistiert werden. Das loggen wir ein. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Underground-Party. Krakatur und Indidi. Okay. Interesting. So, da kommt das Psychofeld. Das ist natürlich amazing. Denn, äh, damit... Kann ich Mogel-Hiebe schon mal vergessen. Äh, und der Bedroher juckt keinen der beiden. Allerdings... Äh, werde ich mit Leedsinger direkt rauswechseln müssen. Weil da jetzt eine Stahlattacke kommen wird. Von Krakatur. Und da muss ich zu Rampensau rein. Und, äh, vielleicht Double-Switch ich direkt und gehe zur Nebelmaschine. Oder ich gehe einfach auf den Knirscher. Wobei, Moment. Wir machen es anders. Oh Gott, das wird jetzt wieder so knapp, ne? So. Der Mogel-Hiebe bringt halt nix, ne? Oh Mann. Ah, ja, jetzt bin ich wieder in... Ja, Digga, jetzt bin ich wieder unter Druck gekommen. Ja, das ist jetzt wieder genau das, ne? Der super kurze Battle-Timer. Mein Plan war eigentlich, das Nebelfeld rauszuholen, das Psychofeld wegzumachen, damit ich eben genau den Mogel-Hiebe ballern kann. Aber dann dachte ich mir, ah ne, er geht ja auf die Stahlattacke. Ist aber nicht gegangen. Also... Ja, es macht gar nichts wieder Sinn jetzt hier. So, ähm... Okay. Gehen wir auf den Gift-Schwall? Oder auf den... Ja, auf den Gift-Schwall. Weil die... Der Spuckball wird immunisiert. Genau, genau. Ähm... Was ist denn... Steep-Diner-Faust? Ne, die macht nur Dingens, ne? Ja, komm. Wir gehen auf den Gift-Schwall. Und mit Morschbett gehen wir einfach straight auf den Knirscher. Hätten wir schon vorher machen sollen. Wenn ich ehrlich mit euch bin. Das war wieder... Ja, wie gesagt. Das war... Also... Ich muss ein bisschen die Fresse halten und mich auf den Kampf konzentrieren. Weniger labern und nicht die Zeit verstreichen lassen. Um dann irgendwie zu choken. Weil das hätte ein guter Play werden können. So, da kommt das Spotlight. Das ist okay. Der Knirscher wird nicht reichen. Weil Indie ist, glaube ich, ziemlich dick. Und, äh... Ja... Der Angriff ist jetzt nicht ganz so krass. Von... Von Morschbett. Wobei... Schauen wir mal, ob's reicht. So, da kommt der Lavasturm. Wird er Morschbett direkt killen? Ich glaube, ne? Ja. Nein. Nicht ganz. Kriegen wir den Burn? Nein. Warte mal. War Lavasturm das mit dem Burn? Bin mir nicht mehr sicher. Okay. Morschbett geht drauf. Ähm... Ähm... Mhm. Ja, jetzt ist es schon wieder schwierig, Digga. Schon wieder schwierig. Aber okay. Okay. Wir gehen mir in Sarvestis. Ich hätte vielleicht, äh... Für den Focus Blast gehen sollen. Dann wäre der Knirscher auf Plus 1 gewesen. Right? Aber in Ordnung. Baradadabam... Bipu... Ba... Bim bam... Bilem bumm... Das wird vierfach resistiert von... Krakatur. Das wird normal resistiert. Gehe ich auf das Gedankengut, though. Probably. Ist ein sehr heißer Play. Aber sie wird sowieso, ne? Dann sind wir direkt auf Plus 2. Und können maybe mit der Fehlattacke ein bisschen was machen. Gardevoir ist halt leider nicht ganz so schnell, ne? Und wenn er jetzt auf den Stahlmove geht, dann... Naja. Ja, sehr gut. Also Indidi. Ein sehr, sehr gutes Pokémon hierfür. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Leakkanone. Die haben wir erwartet. Wir wissen aber, dass wir outspeeden. Das ist schon mal okay. Nur das andere, was reinkommt, wird probably ebenfalls jetzt outspeeden. GILF. Was ist eine GILF? Ah, du. Okay. Hm. Die Frage ist... Die GILF. Eigentlich muss ich Krakatua fokussen. Um ganz ehrlich zu sein. Das wird wahrscheinlich... Äh, auf Plus 1? Nein, genau so. Ja. Und wenn wir jetzt überleben, wir sind auf Plus 1 mit Gardevoir. Das heißt... Da kommt die Flächenmacht. Killt uns nicht. Jetzt kommt Leedsinger dran. Mit dem Zauberschein auf Plus 2. Immerhin. Wird Krakatua rausnehmen. Und GILF ist sehr low. Genau. Das war diesmal der richtige Play. Langsam taut mein Brain auf. Leute, es ist der vierte Tag. Arena-Leiter-Burg-Aufnahme nacheinander. Fragt mich bitte nicht, warum ich in Session 2, 3 und 4 das gleiche T-Shirt trage. Das macht man nicht. Das ist frech. Bitte. Danke. Bye-bye. So. Das war's mit Gengar. Gengar uns bietet alles. Und Gengar ist auf Plus... Zwei. Immerhin. Und ehrlich gesagt, Plus 2 Zauberschein wird das Ding jetzt clearen, right? So, da kommt die Dynamax. Von dem Ding. Das Ding juckt mich aber nicht so krass, weil ich hab noch ein Feen-Pokémon. Wenn Rosanna hier down geht, ist es pretty much game. Da kommt die Deiner Düse. Auf Blitzinger. Sehr klug. Sehr, sehr klug. So, das Psychofeld ist verschwinden. Jetzt kommen wir zur Nebelmaschine. Das Ding ist, die Nebelmaschine hat nur eine Feen-Attacke. Und das ist, äh... Feen-Explosion. Und jetzt outspeedet uns dieses Ding. Was machen wir hier? Ich meine, ich kann theoretisch explodieren, aber... Dann nehm ich mich selbst mit. Und das ist nicht gut. So, Zauberschein... Macht 160. Das ist halt Stab, ne? Aber der Zauberschein trifft jetzt nur noch ein Pokémon. Dementsprechend macht es mehr Damage. Und mit der Matschbombe dürften wir das an der Stelle... Maybe gewinnen, außer... Ja, die Düse, ne? Auf die Rampensau, ja. Jetzt bräuchten wir ne Poison. Ne Poison wär optimal. Oh, oder ein Crit. Nehme ich auch. Oh, ne Croison. Hashtag Croison. Damn, oh, damn. Okay. Die Frage ist... Will ich jetzt nen Dynamax-Hit im Schutzschild tanken? Und dann nochmal nen Hit? Oder will ich... Mit vollen KP nen Hit fressen? Und auf die Matschbombe gehen? Was ist klüger? Einen Hit durch den Schutzschild? Ich glaube, ich drücke einfach auf die Matschbombe und der Rest wird sich klären. Reicht die Deiner Düse? Oder nicht? Und sie reicht. Sehr, sehr, sehr gut gespielt. Darox gewinnt gerade so. Hätte ich nicht gedacht, dass die Deiner Düse einfach so reicht. Aber wunderbar gemacht. Und das war Kampf 4 in der Arena. Und somit, wenn ich richtig gezählt habe, hat er nun... Zwei Continues. Das war spannend. Ich wünschte gerne... Ich wünschte, ich wäre auf Protect gegangen. Hätte das obviously getankt. Aber dann wäre wahrscheinlich... Ich weiß nicht. Um Fliegen gekommen? Oder was wäre dann gekommen? Fliegen hätte uns wahrscheinlich sowieso gekillt. Ayahuas nicht. Aber ich glaube nicht. Er ist eh speziell, ne? Was kann ein Brutalander speziell? Orkan. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Brutalander auch Orkan. Orkan kann. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Denn Draco hätte er nicht benutzen können. Hätte ich Protect auf Gengar gehabt, hätte ich einfach Protected und dann die Nebelexplosion gedrückt. Die hätte anders reingeschallert. Aber ja, ich hätte dann auch meine beiden Pokémon verloren. Und am Ende wäre es dann ein Unentschieden oder ein Sieg oder eine Niederlage mit null Pokémon gewesen. Und ich weiß nicht, wie cool ich das gefunden hätte. Aber either way. Darox hat richtig gut gespielt. Spielt generell richtig gut. Und hat sich auch gut vorbereitet. Und hat auch diesen Sieg erringen können. Jedoch merkt man, wie es von Kampf zu Kampf ein bisschen enger wird für ihn. Und er hat immerhin noch zwei Arenaleiter vor sich. Und danach natürlich noch die Pokémon-Liga. Aber wie das für ihn läuft, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ihr dürft jetzt schon mal einen fetten Daumen da lassen für unseren Favoriten Darox.